Hey, ich bin PartyKeks, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen zu einer weiteren Runde Tropico 6. Ich habe das Bevölkerungslimit hochgestellt, wie man hier sehen kann, auf das Maximum, das sind glaube ich 10.000. Und jetzt muss ich überhaupt erstmal schauen, wie wir weitermachen. Rebellenbedrohung niedrig, das gefällt mir gar nicht. Und wir brauchen Strom. Strom, Kohle, Öl, hm. Hm. So. Da unten will ich es nicht haben. Da haben wir auch schon eins. Und da. Warum? Elektrizität ist wieder da. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? So. Hier haben wir eine. Ja, ja, Kohle geht schon rein. Das läuft schon, aber. Was fehlt uns hier? Schokolade. Haben wir doch Zucker, Tabak, Bananen, Mais. Achso. Kakao. Müssen wir noch irgendwo machen, ne? Tabak. Hm. Verstärken. Verstärken Sie bitte Ihre Armee, Präsidenten. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken. Machen wir das. Ähm, Verordnung Autos für alle. Ist hier, glaube ich, oder? Die Armen beschwunden. Unsere Genossin fragt. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Trott. Wir können freie Wahlen gestatten. Hm, ich denke mal, das brauchen wir nicht. Nein. Will ich nicht verwerfen. Gebäude reinigen. Die Müllhalde. Hm. Seilbahn. Möchte ich auch unbedingt noch bauen. Schalten wir mal frei. Müllhalde. Öl zu Plastik. Wohin damit, ne? Hier wird's langsam eng. Und hier möchte ich's eigentlich nicht haben, aber... Ähm. Boah. Ja, das ist scheiße jetzt. So. Die haben wir, glaube ich, schon. Weil die haben wir ja freigeschaltet. Ich geh mal davon aus. Ähm. Müllhalde. Recycling gibt's noch nicht. Äh. Ja, das ist aber... Baaah. Hier wär's wurscht, glaube ich. Hier wär's richtig wurscht. Am Hafen... See. Hm. Müsste ich halt irgendwie... So. Mmh. Dann noch ein... Stre... Eine kleine Straße. Hallo. Hallo. So, dann haben wir das auch. Ich möchte eigentlich noch mehr Parkdecks. Dann können wir nämlich den Verkehr ein bisschen erhöhen. Hoffe ich, dass das so funktioniert. Können wir da hinten auch noch was bauen? Können wir? Hm. Äh, das ist blöd. Achso, da hinten hätten wir eh eins. So. Wir haben leider... Haben wir irgendwo Uran? Merkwerk. Da hinten. Und da hinten. Und hier. Ja. Sehr gut. Tadadadada. Wo? Nee, wo? Da. Naja. Das ist weg. Das ist sehr gut. Das bauen wir mal gleich. Mhm. Sehr schön. Haben wir das auch abgeschlossen. Puh. Atomkraftwerk. Wow. Oh, es ist aber hübsch groß. Ach so, da ist Ende. So. Wirklich jetzt? Dann. Bauen wir das da hin. Und das bauen wir schnell. Mhm. Mhm. Freie Ausreise. Weltbest dürfen nicht auswandern. Ist die Regel keine Gesetze. Mich kutieren. Wir machen. Wir machen. Hm. Wir werden jetzt nämlich mal ein bisschen eine Volksrepublik machen. Eine Feuerwache. Okay, das können wir machen. Ich komm schon wieder hier nicht hinterher. Schon hier, ne? Da haben wir eine. Da haben wir auch eine. Da oben. Hier unten fehlt uns eine. Beziehungsweise hier könnten wir auch eine hinmachen. Das wäre näher dran. Ja. Die Ergebnisse sind da. Und das ist ein entscheidender Sieg für, Präsident. Sie haben die Erde zur höchsten Priorität gemacht. Und alle sind glücklich. Oder sie wären es, wenn sie wüssten, wie wichtig der Planet ist. So, und hier werden wir jetzt mal umschalten. Ja, von mir aus auf kommunistisch. Komplett. Weil, wir wollen da ja... So. Mhm. Ähm. So. Ähm. Nicht nach Namen, sondern nach Import-Export. Ähm. Gebäude. Mhm. Mhm. Diese Leute법 spekt. Mhim. Ich berichte, die Verstopfung ist gelöst. Komplett gespült und gewischt. Geil. Das Bild ist cool. So. Oh, Tourismus müssen wir jetzt auch noch machen. Ja. Gesundheitsversorgung müssen wir auch wieder auf Vordermann bringen. Hm. Ja, platztechnisch ist das so ein bisschen scheiße, habe ich das Gefühl. Krankenhausbehandlung, Ambulante, nee, Krankentrakt. Das machen wir mal bei allen. Ohne coole Dinge, die man zerstören oder in die Luft jargen kann, ist man kein Geheimagent. Da hat er recht. Hm. So, die sind schon elektrifiziert. Die auch. Dann machen wir das hier. Apartmenthaus. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Das schaut nicht... Ich berichte, die Verstopfung ist... Ja, gut. Der Verlust hat heute ein neues Steuerprogramm angekündigt, welches es bürgen erlaubt, sich bevorzugte Behandlung bei Routine-Durchsuchungen und Beschlagnahmungen zu erkaufen. Und... So, da bauen wir mal überall die... ...die Punkte. So. Zufällige Durchsuchungen. Mhm. Wie schaut's hier eigentlich jetzt aus? Da müssen wir mal gucken. Arbeitslose Bürger. Gut. Das sollten wir hinkriegen. Den brauchen wir überhaupt. Den stell ich mal da hin. Info-Raster, Elektrizität... Wir haben nicht genug Strom. Das gefällt mir ja gar nicht. Achso, da oben sollte ich vielleicht noch ein... Hä? Wohin denn? Da. Passt. Achso, ähm... Natürlich brauchen wir hier... ...die Gummi-Handling auch noch. Das hier funktioniert nicht, ne? Haben wir hier hinten noch irgendwo... ...Uran? Ja. Haben wir. Sehr schön. Das ist sehr gut. Brauchen wir auch mal schnell. Was kostet die Welt, ne? Hm. U-Batton-Station. Dann ziehen wir die mal irgendwo lang. Ähm... Dann haben wir das da. Wie funktioniert das dann eigentlich? Mehr Licht verringert die Sicherheit. Da brauchen wir nix machen, oder? Ja. Okay. Stellen Sie hin... Nö. Das interessiert uns... ...überhaupt nicht. Was wäre ein schöner Tag, Präsidente. Ein schöner Tag für... Nein. Das werden wir auf jeden Fall jetzt mal in Angriff nehmen. Wir haben hier... Ähm... Unterhaltung. Ne, Wohngebäude. Da, Tourismus. Ähm... Mhm. Dann bauen wir das hier mal aus. Mhm. Tourismus. Bungalow, Strand, Villa. Naja. Okay. Das ist hier halt nicht so geil. Ähm... Hotel. Ja gut, das wäre man da nicht... Doch, könnte man machen. Zack und zack. Ähm... Ähm... ... Aussichtspunkt. bietet spaß für besuchen souvenir laden sonst haben wir hier nicht so viel naja immerhin gesundheitsvorsorge die versorgung die müssen wir ein bisschen ankurbeln habe ich das gefühl weil die ist jetzt nicht so bombastisch haben wir geschafft wir werden auch nur noch mit dem ostblock handeln wir gehen jetzt nämlich in richtung als nächste verordnung beziehungsweise hier in richtung kommunismus und dann schauen wir uns das mal an ermöglicht es im feld bürger tropico oder also das haben wir ja oben gemacht da muss ich ja bei verordnung gucken genau verordnung agrarwirtschaft so warte mal na das wollen wir nicht gute alte zeit das lassen wir mal und dann und dann Vielen Dank.